Marley Hulk zerstört schon wieder die Stadt. Armer Baby Spider Truck! Marley Hulk ist zu stark! Baby Spider Truck, schnell weg! Super Truck! Marley Hulk will Baby Spider Truck verletzen! Du bist vielleicht stark, Marley, aber Super Truck ist schneller als du! Super Truck! Marley muss gestoppt werden! Zeit zu transformieren! Super Spider Truck wird Marley Hulk aufhalten! Hör auf damit, Marley Hulk! Super Truck! Marley Hulk greift an! Das Spinnennetz macht Marley Hulk blind! Verfolge ihn und beende dieses Chaos! Baby Spider Truck will gerne ein Held werden! Hier ist die erste Lektion! Bewege dich schnell wie eine Spinne! Du bist dran, Baby Spider Truck! Du darfst den Boden nicht berühren! Versuch es nochmal! Gut gemacht! Die Spider Trucks verfolgen Marley so schnell wie möglich! Oh nein! Marley Hulk zerstört das Spinnennetz! Zum Glück sind die Spider Trucks da, um ihn zu stoppen! Zeit für die zweite Lektion! Spinnennetze schießen! Das wird Marley Hulk verlangsamen! Mal sehen, was Baby Spider Truck so kann! Es ist nicht schlimm zu scheitern! Man muss es nochmal probieren! Gut gemacht, Baby Spider Truck! Super Spider Trucks! Es ist noch zu früh zum Feiern! Marley Hulk hat sich befreit! Spring! Zeit für die dritte Lektion! An Wänden klettern! Du schaffst das auch nach Baby Spider Truck! Benutze alle vier Reifen! Das war knapp! Oh nein! Marley Hulk benutzt die Laterne als Waffe! Der Laternenmast wird Baby Spider Truck verletzen! Super Truck! Zeit für den ST 3000! Der Telekinese-Strahl wird die Attacke stoppen! Oh nein! Marley Hulk reift schon wieder an! Es wird noch jemand verletzt! Bleib hier, Baby Spider Truck! Super Truck wird sich um Marley Hulk kümmern! Oh nein! Marley Hulk ist zu stark! Oh nein! Du musst was unternehmen, Baby Spider Truck! Wow! Die Spider Trucks arbeiten zusammen, um Marley aufzuhalten! Das Super Spider Team gewinnt! Jetzt bist du offiziell ein Held, Baby Spider Truck! Erinnerst du dich denn noch an deine erste Lektion? Was für ein Spaß! Der Kleine will Verstecken mit euch spielen! Wollt ihr mitspielen? Tut mir leid, aber es sieht so aus, als wollen sie nicht mit dir spielen! Walter zeigt dir seinen neuen Boomerang-Kar? Lassen wir das Spielen erstmal sein! Jemand braucht Super Truck! Hey Kinder, habt ihr euren Freund irgendwo gesehen? Nein? Das ist aber nicht gut! Ich hoffe, er hat sich nicht verlaufen! Super Truck, schauen wir uns das genauer an! Betro Europas finan coeur. linen tut sich überhaupt nicht aufneiden. Lass Schuhen treffert dich nicht auf Wollt ihr! Zwe dich aber auch damit,Р ses 다 verlaufen! Treffert dich über den Kampf um neuropot, Tegen Factorykantùnguier! Lass uns dir er nicht aufhören! Hier müsst ihr wahrscheinlich sagen! 5% Was war das? Oh nein, was passiert jetzt? Oh, das war knapp. Schau, Supertruck, da drüben. Hol ihn dir. Oh nein, der Kleine hat die Geschwindigkeit aufgedreht. Die Kinder sind in Gefahr. Schnell, Supertruck, benutze den SC3000, um sie zu retten. Gut gemacht, Supertruck. Schau, da ist er. Warum hast du das alles gemacht, Kleiner? Die anderen Kinder wollten lieber mit den Attraktionen spielen als mit dir? Ist schon gut, aber du musst dich bei den anderen Kindern entschuldigen, weil du sie in Gefahr gebracht hast. Gut gemacht, Supertruck. Du hast das Reize gelöst und den Tag gerettet. Bis zum nächsten Mal. Was für ein toller Rummel. Kinder, ihr wollt, dass Supertruck euch ein paar Süßigkeiten gibt? Die Kinder brauchen deine Hilfe, Supertruck. Ein Dinosaurier jagt sie durch die Straßen. Da sind sie. Pass auf! Supertruck, die Kinder! Rette sie, Supertruck! Oh! Pass auf den Schwanz auf! Kinder, versteckt euch! Zeit, sich zu verwandeln, Supertruck! Aha! Dino-Truck, gute Wahl! Aha! Gute Arbeit, Supertruck! Oh oh, er steht wieder auf! Zeit, sich nochmal zu verwandeln! Hey! Aha! 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 Das Katapult! Hol ihn dir! Hey! Aha! Supertruck! 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 Ziel auf die Beine! Aha! Aha! Was für ein lustiger Tanz! Hol den ST3000! gefrierstrahl los geht's klasse pose gute arbeit super truck die kinder sind jetzt in sicherheit der dinosaurier will auch süßigkeiten es ist carys freier tag pass auf dass nichts schlimmes passiert worte ok wir zählen auf dich holst dir eine eiscreme was water hinter dir oh nein der dino jagt allen angst ein ein dinosaurier attackiert die stadt da ist er es ist ein t-rex pass auf ich glaube er wollte mit dir spielen habe ich dich er muss hungrig sein vielleicht will er dein freund werden super truck zeit zu spielen fang mich wenn du kannst erzählst du den autos vom dinosaurier keine sorge leute er ist harmlos seht ihr was ist los worte noch ein dinosaurier ist das deine mama sie sucht dich bestimmt das hört sie bestimmt da kommt sie da kommt sie mama kommt wir können freunde haben auch wenn sie anders sind bis zum nächsten mal hallo super truck die baby die babys scheinen angst vor der kleinen spinne zu haben sieh mal die spinne ist ganz harmlos was ist los was ist los was ist los was ist los die spinne ist riesig geworden oh nein du musst sie aufhalten bevor sie jemandem weh tut dr sick du hast die größe der spinne verändert car city ist in großer panik oh nein walter steckt in einem spinnennetz fest du musst ihn retten die autos lassen dich nicht vorwärts kommen es ist zeit dich zu transformieren polizei auto lass uns deine sirenen benutzen um den weg freizumachen es klappt die spinne wird walter angreifen beeil dich super truck zur richtigen zeit geht es dir gut walter keine sorge super truck wird dich befreien du bist frei walter geh und finde einen sicheren ort super truck wird die spinne aufhalten Achtung Achtung uff das war knapp Du sitzt in der Falle, große Spinne. Super Truck, Dr. Zick ist hinter dir. Oh nein, Dr. Zick benutzt die Waffe wieder auf die Spinne. Geh in Deckung, Super Truck. Bei dieser Größe wird die Spinne die Stadt zerstören. Da ist Dr. Zick. Du musst die Waffe von Dr. Zick nehmen und benutze sie, um die Spinne wieder normal zu machen. Du bist verhaftet. Super Truck, halt ihn auf. Oh nein, Dr. Zick geht hinter der Spinne in Deckung. Du musst die Waffe holen. Zeit, den ST-3000 zu benutzen. Der Supermagnet bringt die Waffe. Zu spät, um die Waffe zu fangen, Dr. Zick. Es klappt. Die Spinne ist wieder normal. Du solltest besser nicht in diese Richtung fliehen. Ich habe dich gewahrt. Das würde Dr. Zick an der Lektion erteilen. Bringen wir die Spinne dorthin zurück, wo sie hingehört. Bei dieser Größe ist die Spinne freundlich. Sie will sogar spielen. Bringen offen. Danke. Bellen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. at